Okay, mein Friends, es geht weiter. Ich muss jetzt noch... Jetzt schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Okay. Oh man, oh man, oh man, oh man. Boah, knapp die Scheiße, man, oh man. Geschafft. Jetzt hier. Wie viel gibt es hier? Ach, geil. Ich freue mich jetzt schon auf die vier. Geil, oh man. Geil. Fängt schon geil an, diese Scheiße. Was zur Hölle? Ihr wollt mich denn jetzt komplett verarschen, oder? Okay. Leute, verarscht mich doch nicht, bitte. Oh man, was zuvor? Ja man, was zuvor? Schade, ich dachte, man kann jetzt nicht einen wieder hochpusten. Aber klappt wohl nicht. Wie zum Geier. Ganz ehrlich, wie zum Geier soll man das jetzt machen? Können wir den damit abschießen? Wieso geht das nicht? Fragen über Fragen, aber keiner beantwortet mit diesen Scheißfragen. Ich frag mir, ob das was bringt, wenn ich nach oben schieße. Ach so, so soll ich das machen. Ich verstehe. Okay. So, damit hab ich das jetzt. Ich bräuchte noch eins. Jetzt kann's losgehen. Mann, 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 Mann. Genau. Hmm. 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 Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt schenke ich, was sie hier von mir verlangen. So, jetzt bin ich da oben. Wollte ich das jetzt? Oh man, oh man. Warte, ich muss jetzt schauen, wo das Feuer ist. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt löschen können. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Klasse, war ja irgendwie klar, dass ich es nicht löschen konnte. Okay. Leute, tut mir leid, dass ihr das erst mal sehen müsst, aber ich will diesen Scheiß haben. So. Kann mir einer diesen Logikfehler erklären? Irgendwie checke ich den Fehler nicht, da er gerade jetzt passiert ist. Ich checke den jetzt nicht. Nein, ich checke den jetzt nicht. Ich checke ihn jetzt ganz und gar nicht. Na ja, wenigstens habe ich jetzt den ersten schon. Okay, die verlangen wohl von mir, dass ich jetzt... ...so mache... ...den ich mir jetzt gönne... ...den Weg wieder zurückgehe. So. Geschafft, endlich. Hab ich zwei. Oh. Oh. Erleichterung. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich von hier gehen soll. Okay, ich habe hier jetzt keine Wahl mehr. Ich bin jetzt zu dämlich gewesen und bin jetzt von unten gegangen. So. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 das braucht noch eins nur zur sicherheit mit Okay. Okay. Diese Missgeburt regt mich auf. Wenigstens habe ich wieder ein Leben. So. So lange saß ich jetzt an diesen Leveln? Sehr lange, wie ich das gerade so sehe. What the fuck? Oh, jetzt können Sie auch noch weiter. Okay, komm jetzt. Das schaffe ich. Den Gautam. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen nach rechts gehen müssen. Ich bin ein Wichser von Entwickler. Ich habe es so extra gemacht. Aber ganz ehrlich, warte mal. Soll ich da jetzt springen oder soll ich einfach rüber gehen? Okay. Ich glaube, ich werde hier sehr viele Leben verlieren, wenn es so weiter geht. Fuck you! Ich weiß, Game Over. Leck mich. Leck mich. So, die Welt will ich nochmal. Unbedingt. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh abgesprungen, wenn ich das gerade so bemerkt habe. Entschuldigung. Wann soll ich da abspringen, ganz ehrlich? Ich schaue mir jetzt gleich mal nach, wie ich da springen muss. Ich habe gesagt, springen nicht rein. Das kann man sich doch nicht mal anschauen, was ich hier abbringe. Das kann man sich echt nicht mal anschauen. Warte. Warte, ich habe jetzt eine andere Idee. Mal schauen, ob die klappt. Ja, Mann. Oh mein Gott. Das war das Leichteste von den ganzen Alen. Und ich schaff das nicht. Ich glaube, ich hätte was. Oh, das war knapp. Komm her. Ich kann warten. Ich habe meine Zeit wieder. Und wir sehen uns im nächsten Mal.